Hallo allerseits. Diesmal gibt es einen kleinen Video-Zusammenschnitt von einem etwas länger zurückliegenden Spur 1 Fahrstammtisch im Mönchner Osten. Und zwar im Sommer 2017. Auf den Fahrstammtischen kommen ja normalerweise elektrisch angetriebene Loks zum Einsatz. Hin und wieder aber auch Loks mit Echtamtantrieb. Oder wie hier beispielsweise eine kleine Lok mit einem Heißluftmotor, der nach seinem Erfinder Robert Sterling, üblicherweise Sterling-Motor genannt wird. Das hier gezeigte Modell ist von der Firma Böhm Sterling Technik und wurde für den wahlweisen Einsatz auf Spur 1 Gleisen oder auf Gartenbahngleisen konzipiert. Es ist optisch eine Hommage an die legendäre englische Dampflop Rocket von George und Robert Stevenson aus dem Jahr 1829. Das kleine Modell ist 20 cm lang, ist es aus Aluminium, Messing und Edelstahl, komplett in Deutschland gefertigt und wiegt rund 900 Gramm. Es besteht aus nicht weniger als 200 Einzelteilen. Angeheizt wird die Rocket lediglich durch einen ganz kleinen Spiritusbrenner, der sich unter dem Kolben befindet und in den Tank des Brenners passen gerade mal nur 5 Milliliter. Das reicht aber für immerhin 10 Minuten Fahrspaß. Und wie man auf dem Videozusammenschnitt vom Fahrstammtisch vom 7. Juli 2017 recht nett sieht, hat die kleine Lok doch einige Zugkraft und kann so einiges hinwegziehen. Hier waren es beispielsweise 7 aus Kunststoff gefertigte eiserne Kohlenwagen O02 des Modellbahn-Kleinserien-Herstellers Muschalek.